Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder ein Unboxing von der Blessinbox. Das ist die französische Variante. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin ein bisschen verwirrt, denn eigentlich konnte man dieses Jahr bei der französischen Variante der Blessinbox wählen, ob man die normale Variante möchte oder die Sonderedition La Rosée. Und ich habe scheinbar beide bekommen, denn die normale Variante habe ich euch schon vorgestellt, kann ich euch im E-Mail verlinken. Und ja, jetzt habe ich sie nochmal da. Die kostet 16,90 Euro plus irgendwelche, keine Ahnung, Zusatzgebühren. Also ich glaube, dass ich da 18,90 Euro oder 17,90 Euro pro Box und pro Monat für bezahle. Wie gesagt, jetzt habe ich eine zweite gekriegt. Danke, Blissy in Frankreich, finde ich cool. Und dann schauen wir doch einfach mal easy peasy, lemon squeezy rein, was wir hier drin finden werden. Ja, Winter Bliss ist nämlich auch hier tatsächlich das Motto. Avec La Rosée steht hier auch mit drin. Ich habe von La Rosée aktuell in Anwendung einen Maskenstick, den wir, glaube ich, hier auch im Mini-Format drin haben. Sehr, sehr witzig. Wirklich. Französisches Heftchen, ne? Da stehen alle Sachen auf Französisch drin. Ich bekomme die deutsche Box jetzt auch demnächst noch zugeschickt. Dementsprechend kann ich euch das Motto dann auch nochmal übersetzen. Denn die deutsche Box habe ich in Kooperation. Das ist alles total crazy jetzt gerade für mich. Und ja, die Produkte sind hier aufgeführt. Hier sind nur La Rosée-Produkte drin. Dann hat man in diesem Heftchen auch noch immer so ein bisschen was drin stehen, dass die irgendwelche Sondereditionen haben. Die haben immer super viele Special Editions auf der französischen Homepage. Gibt es aber mittlerweile auch auf der deutschen Homepage. Schaut gerne mal vorbei. Ja, einen Panda-Tee haben wir hier auch mit drin. Den gleichen, glaube ich, den wir auch schon vorher hatten. Pampelmuse und Gengen. Gengen was, glaube ich, Ingwer. Das ist mir meistens ein bisschen zu scharf im Tee. Ja, La Rosée. Ihr merkt, ich bin total verwirrt. Ich habe heute meinen Drehtag, bin ein bisschen bunt geschminkt. Das Video dazu kommt noch online. Ja, ja, ich weiß, es ist schon fancy-pancy. Aber manchmal habe ich da auch Bock drauf. Man muss auch mal ein bisschen was Buntes ins Leben bringen. Auf jeden Fall. Hier habe ich jetzt La Rosée, Maske en Stick. Das ist eine ganz, ganz tolle Maske. Hier sind 15 Milliliter drin. Und du brauchst da auch nicht viel von. Ich habe die Originalgröße davon. Die hatte ich mal in einer Goodiebox drin enthalten. Und du brauchst wirklich nicht viel von diesem Stick. Du wirst da ewig und drei Tage mit auskommen. Weil das ist ein... Das ist noch was drüber. Das ist ja schon, weiß ich nicht, ein fester Stick. Und den machst du einfach. Du gehst damit über dein gereinigtes Gesicht und lässt es dann irgendwie drauf, während du dir die Zähne putzt oder so. Kannst es dann abwaschen. Fertig ist die Laube. Aber das ist nur eine super dünne Schicht dann auf dem Gesicht. Und hätte ich den in der kleinen Variante, gerade in Anwendung, hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber gefreut, weil du brauchst ganz schön lange, um diesen großen Full Size Stick aufzubrauchen. Ich glaube, da sind 75 Milliliter oder so drin. Richtig großes Oschi-Ding. Und hier halt die kleine Variante. Sehr cool. Dann habe ich hier drin enthalten, etwas, was wir auch in der anderen Blisseyenbox haben, in der normalen Variante, den Lippenpflegestift Nourishing Lipstick von La Rosé. Den können wir jetzt gut gebrauchen, weil es ist einfach sackend kalt. Es ist eine trockene Luft. Wir freuen uns, wenn wir unseren Körper, unsere Lippen, unser Gesicht mit Feuchtigkeit versorgen können, weil die Heizungsluft doch alles sehr austrocknet. Ich sehe auch gerade schon wieder, dass hier mein Getränk leer ist. Ich muss mir gleich unbedingt wieder was holen. Und ich kriege auch schon wieder einen trockenen Hals. Also das ist wirklich heftig. Also wir arbeiten auch tatsächlich hier zu Hause mit Raumbefeuchtern und so, weil wir ansonsten eine viel zu niedrige Luftfeuchtigkeit hier hätten. Ja, drei Produkte haben wir hier noch von La Rosé drin enthalten. Das ist eine Gelcreme Hydratant au Concombre Bio. Also für normale bis Mischhaut, für Tag und Nacht. Das ist natürlich ein riesengroßes Produkt mit 60 Milliliter. Und das kannst du dann für dein Gesicht verwenden. Ja, ich habe eine trockene, sensible Haut. Deswegen wird es weiter wandern. Das wird mir zu wenig sein. So Gelcremes sind erfahrungsgemäß für mein Gesicht einfach zu wenig. Für meinen Körper kann man das vielleicht so ein bisschen verwenden. Aber mein Gesicht braucht wirklich super viel Feuchtigkeit. Ich bin da wirklich trockenflaummäßig unterwegs. Und wie gesagt, aktuell halt noch mal ein bisschen mehr. Wahnsinn. Ja, gut. Dann habe ich hier ein Peeling fürs Gesicht. Auch das ist nichts für mich, weil das ein mechanisches Peeling ist. Das ist zwar mit, also das ist zwar gentle, also sanft. Und das ist mit Aloe Vera, also auch nach Feuchtigkeit spendend. Aber nie. 60 Milliliter. Sowas vielleicht auf dem Körper. Aber mechanische Peelings nutze ich persönlich einfach nicht für mein Gesicht. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich durch meine sensible Haut einfach durch diese mechanische Rubbelwirkung nicht gut fahre. Also ich merke einfach, dass ich dadurch viel mehr Unreinheiten bekomme. Dass ich dadurch ein viel unruhigeres Hautbild bekomme. Und wenn ich dann halt mit Enzym-Peelings oder mit chemischen Peelings arbeite, kann ich da auch entsprechend dosieren, wie ich das halt auch haben möchte. Na, da natürlich auch immer super vorsichtig dran tasten und so. Habe ich hier ein Video erstellt. Kannst du mal vorbeischauen. Und da wäre jetzt, wenn ich abstille und halt quasi wieder zu dem Game mit den chemischen Peelings gehen darf. Weil aktuell sollte ich das besser nicht machen. Fagen verloren. Dann würde ich mit PHA anfangen. Das ist so die sanfteste Variante, die quasi bei den ganzen chemischen Peelings möglich ist. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann, wenn ich Unreinheiten habe, BHA verwenden. Also so Salicylsäure und sowas. Und dann, wenn ich sage, Mensch, Anti-Aging, Hallöchen, Popöchen, ich möchte gegen meinen Alterungsprozess anwirken. Aha, die Fruchtsäure. Kennt man ja. Genau. Ja, aktuell benutze ich Enzym-Peelings. Ja, das ist eine sanfte Geschichte, aber es tut meiner Haut sehr gut. Jo, genau. Aber mechanische Peelings tatsächlich nur am Körper. Und da mag ich es tatsächlich gerne sehr schrubbelig. Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Und das ist der Boom SOS Reparateur. Das ist mit irgendwelchen natürlichen Ölen. SOS Repair Boom. Und da haben wir 20 Gramm drin enthalten. Sowas kannst du wahrscheinlich für all over verwenden. Für trockene Lippen, trockene Stellen. Wo auch immer. Ja, das ist auch eine ganz feste Geschichte. Und sowas kenne ich ja auch von anderen Marken. Zum Beispiel kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass wenn man, ja, kennt ihr das so an den Schienenbeinen? Das hatte ich eine ganze Zeit lang. Das hier ist jetzt die Box gewesen. Ich habe mich eigentlich ja auch bewusst für die andere Box entschieden. Weil hier haben wir halt eine reine One-Brand-Box. Und wir haben eine Box, wo wir nur Pflege drin haben. Das ist mir persönlich immer ein bisschen zu wenig. Wenn ich eine Beauty-Box hier auf diesem Kanal auspacke, freue ich mich immer über die Abwechslung. Auch, dass dann dekorative Kosmetik drin enthalten ist. Das haben wir jetzt hier in dem nicht gegeben. Aber das war ja auch gesagt. Und deswegen konnte man ja auch wählen. Aber an und für sich auch von den Produkten ist es leider keine Box, die was für mich ist. Denn ich kann oder ich möchte tatsächlich nur drei von den fünf Produkten verwenden. Zwei Produkte sind nichts für mich. Und ja, deswegen werden die dann weiter wandern. Und das ist dann natürlich schade, ne? Wenn man eine Beauty-Box hat und zwei von fünf Produkten weitergeben wird. Klar, trotzdem ist es werttechnisch immer eine schöne Win-Win-Situation. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen abwägen. Und dafür bin ich ja auch hier, um einfach die ganzen Beauty-Boxen mit euch zusammen zu testen. Und so wie die Zeit es halt auch immer zulässt. Und ja, das war es jetzt hier von mir und der Blessin-Box aus dem Monat Januar in der Variante La Rosé. Ja, und wenn es dir gefallen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.